Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Helge Maus von der Firma Pixeltrain. Schön, dass Sie wieder dabei sind, denn in diesem Tutorial wollen wir uns nun ein bisschen die Deep Nodes selber anschauen, was wir letztlich nun mit diesen Deep Nodes selbst anstellen können. Wir haben hier eine ganze Reihe an Deep Nodes. Ein paar davon haben wir schon kennengelernt. In diesem Tutorial möchte ich ein bisschen darauf eingehen auf Nodes, die mit den Deep Datern selbst arbeiten. Und die erste Node, die ich Ihnen da zeigen möchte, ist die Deep Transform Node an dieser Stelle hier. Die Deep Transform Node macht das gleiche wie der zweidimensionale Bruder, also die Transform Node. Sie kann eine Plate verschieben, aber im Gegensatz eben zur 2D-Variante haben wir hier zusätzlich einen Z-Anteil im Transform und wir können natürlich je nachdem, wie der Deep Path nun gerendert wurde, auch noch ein Scale darauf durchführen. Aber in unserem Fall ist es nun relativ einfach. Ich möchte gerne hier etwas verschieben im Raum, zum Beispiel meine Kugeln. Das heißt, ich kann nun hingehen und diese Kugeln hier durch einen Deep Transform jagen. Das machen wir mal hier. Sie sehen auch, dass wir hier noch einen Masken-Input hätten, womit wir also was ausmasken können. Und mithilfe dieses Deep Transforms kann ich nun einfach hingehen und meine Kugeln im Raum verschieben. Gehen wir mal an die X-Anteile und ich scrub hier mal langsam darüber. Das Ganze muss jetzt natürlich auch noch ein bisschen mitrendern, weil ich natürlich hier ja auch schon unsere Bäume eingebaut habe. Aber Sie sehen, wie jetzt diese Kugel sich langsam in X-Richtung nun hier verschieben lässt, beziehungsweise der gesamte Kugelpass. Das Tolle daran ist, da wir eben im Deep Workflow sind, integrieren die Elemente danach trotzdem noch sehr gut. Einzige Einschränkung möchte ich hier vorweg schicken. Ich habe natürlich die Schatten mit auf die Kugeln gerechnet als Workflow-Entscheidung. In diesem Fall würde mir das jetzt eben nach und nach ein Problem machen. Aber trotzdem eine sehr, sehr flexible Geschichte hier, um nachträglich einfach Elemente nochmal zu verschieben. Das Ganze geht natürlich auch in der Tiefe, also in Z-Richtung. Wir können das im positiven Bereich nutzen. Das heißt, wir schieben die ganze Lösung rückwärts. Das können wir hier mal kurz machen. Ich schiebe mal das Ganze nach hinten. Wir sehen also, wie diese gelbe Kugel jetzt langsam hier sich nach hinten verzieht. Gehen wir mal ein bisschen stärker an. Irgendwann ist sie sogar hinter unserem Einkompostenbaum gelandet. Diesen haben wir ja in der letzten Lektion hier über diesen 2D nach Deep Workflow erzeugt. Und genauso können wir diese Kugel natürlich jetzt auch nach vorne schieben, wenn wir zum Beispiel negative Werte angeben. Das heißt, wir holen jetzt also die Elemente hier nach vorne. Also, Sie sehen, Deep Transform ist schon eine richtig tolle Sache, um jetzt hier nachträglich diese Elemente hier verschieben zu können. Eine ähnliche Funktion hat Deep Crop. Auch hier wird eben die 2D-Node Crop abgebildet. Und wenn wir uns Deep Crop hier mal anschauen, so haben wir jetzt auch hier zusätzlich Z-Daten. Auch das wollen wir uns anschauen. Ich werde meine Kugeln hier jetzt einfach mal wieder verwenden. Wir nehmen uns hier an Deep Crop und ich hänge mich mal hier an den Output der Kugeln. Und man sieht, ähnlich wie in einer normalen Crop-Node haben wir jetzt hier also Grenzen, mit denen wir arbeiten können. Aber wir sehen nur noch eine Kugel. Woran liegt das? Nun, wenn wir hier schauen, sehen wir, dass wir im Moment auscroppen von Z-Nier1 bis Z-Fahr2. Das heißt, nur dieser Z-Bereich wird im Moment verwendet. Wenn wir das hier wegnehmen, Use, dann wird dieser Bereich hier nicht mehr verwendet. Und wir haben also jetzt hier erst einmal nur ein Crop, was sich ganz normal hier auf unseren normalen X- und Y-Werte bezieht. Wenn Sie wollen, können wir das auch mit Use rausnehmen. Damit macht die Crop erst mal nichts. Und ja, wir können jetzt einfach mal mit Z-Werten arbeiten. Damit wir erst mal wissen, ja, wo liegen denn überhaupt die Z-Werte für unsere Kugeln, verwenden wir unseren Freund, Deep Sample. Sie erinnern sich? Wir gehen also hier kurz an unsere Kugeln und vermessen mal. Also wenn ich diese Kugel mir jetzt hier wähle, liegt diese Kugel hier bei einem Unit-Wert von 1,19. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Kugel hier nehmen, so haben wir hier einen Wert von 3. Also können wir zum Beispiel mal sagen, wir wollen von 0 bis 3,5 die Elemente nur behalten. Wenn wir also jetzt auf unseren Crop gehen, sagen wir, wir wollen das benutzen, 1 bis 3,5 und dementsprechend haben wir also diese Kugeln jetzt hier. Ich sehe hier, wir haben eine leicht ausgefranste Kante. Das liegt daran, dass dieser Wert vielleicht noch ein bisschen zu klein ist. Also gehen wir noch ein bisschen weiter raus und irgendwann haben wir wirklich alle Samples, die zu dieser Kugel gehören. Und somit haben wir jetzt also erst einmal von der Tiefe her das korrekt ausgeschnitten. Nun können wir natürlich noch hingehen und parallel dazu die B-Box hier verwenden. Also wir sagen hier Use und schneiden uns jetzt hier, wie Sie das eben auch mit einer ganz normalen 2D-Crop-Node machen würden, diese beiden Elemente hier aus. Soweit also dazu. Danach geht unser Transform los und danach wird alles gemerged. Und wenn wir uns jetzt unser finales Bild anschauen, haben wir eben nur noch gelbe Kugeln im Bild. Es war also sehr, sehr einfach möglich, nun diese Kugeln entsprechend auszuschneiden. Schauen wir uns noch eine letzte Note für dieses Tutorial an. Und das ist die Deep Color Correct Note. Sie ist die einzige Farbkorrektur-Note, die wir in Deep finden. Wir werden uns in dem nächsten Tutorial damit beschäftigen, wie wir Color Corrections trotzdem machen können, auch wenn wir nur eine Color Correct Note hier haben. Aber diese Color Correct Note ist eben so ausgestattet, dass sie vom Prinzip her genauso arbeitet wie wieder die 2D-Note. Das heißt, wenn wir uns hier mal umschauen, sehen Sie Master Shadows mit Tonen, Highlights, die Ranges, die wir definieren können. Also alles wie gehabt. Aber was Neues ist eben hier dieser Masking-Bereich. Mit diesem Masking-Bereich können wir ähnlich wie mit einem Keyer nun Elemente auswählen. Das heißt, ich kann jetzt hingehen. Ich hole die mal kurz raus und könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass ich gewisse Korrekturen nur auf gewisse Tiefen anwenden möchte. Gehen wir also hier kurzerhand mal ins Gesamt-Composite. Vielleicht schaffen wir das noch eins nach unten. Mit Apfel und den Pfeiltasten kann man das recht schön machen. Und im Gesamt-Composite hier möchte ich nun eben mit Deep Color Correct arbeiten. Ich kann also hier Limit Z jetzt hier anwählen. Damit würde das schon arbeiten. Aber wir sehen natürlich jetzt im Moment gar nichts. Daher nehme ich es mal kurz weg. Und wir machen erstmal eine sehr starke Änderung im Gesamtkonzept. Das heißt, wir gehen zum Beispiel hier mal an den Gain. Ich gehe mal in die Farben und verschiebe das Ganze massiv in einen Blauton hinein. Nur damit wir das eben jetzt gut sehen können, was wir jetzt hier tun. Wenn ich in die Masking nun gehe, können wir jetzt wieder Limit Z aktivieren. Sie sehen, wir haben nur noch einige Elemente hier. Und jetzt können wir eben hier über diese Elemente genau wie bei einem Keyer sozusagen arbeiten und sagen, welche Bereiche nun der Tiefe wir mit dieser Farbkorrektur erreichen wollen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel sagen, A ist 0. Und C wäre jetzt eben der Wert 3,5. Den können wir nach drüben ziehen. Ebenfalls 3,5. Und wenn wir uns das jetzt eben anschauen, so sehen wir, dass die Bäume hier hinten nicht angefasst werden. Wir gehen eben nur bis zu dem Wert 3,54 in die Tiefe. Ja.